ja hallo freunde des laser und taschenlampenlosen armbrust sports ich habe gerade ein paket bekommen von go gun mal gleich mal aufmachen mal gucken was da drin ist und ich weiß natürlich schon es sind die neuen jagdpfeile die speziell für die äther gut funktionieren sollen also die lieferung hat wieder einmal frei geklappt ging super schnell dann schauen wir das paket aufgeht nichts zugeklebt muss man einfach nur da oben den deckel abheben mal ganz vorsichtig nichts zerreißen so perfekt na ja die sind jetzt hier alle so zum schaumstoff drin schön ordentlich aussieht und schauen wir uns die mal na ja vor kurzem hat der ik archery research auf ihrer facebook seite mal ungünstiges werbevideo oder ein werbefoto platziert wo also die veins ganz unterschiedlich angeklebt waren von den original blauen ik archery pfeilen schauen natürlich muss hier aussieht also mit der spitze hier alle mal schön unten anstoßen und dann sieht es glaube ich schon ganz gut aus ja das sieht gut aus vielleicht irgendwo mal ein halber millimeter weiter oben oder weiter unten aber das sieht gut aus also das dürfte kein problem machen dann schauen wir uns mal an wie viel diese bolzen wiegen mal schauen ob man die spitzen überhaupt abschrauben kann die einzelnen liegen kann also die spitzen sind eingeklebt die nocken natürlich auch also kann man den pfeil hier nur mal dann am stück wiegen hier noch mal schön die spitze die sieht natürlich schon astrein aus nehmen wir unsere feinwaage auf ein hundertstel gramm genau mal gucken ob es noch passt hier 100 gramm drauf naja gut ein hundertstel gramm verschmerzt mal in der genauigkeit auf 100 gramm dann schauen wir mal erste pfeil ich sag pfeil manche sagen bolzen ich sag eigentlich beides also 13,99 gramm der erste der zweite 13,65 gramm der dritte 13,0 naja das ist jetzt schon fast ein gramm weniger als der erste 13,1 auch noch alles zwischen 13 und 14 naja und der letzte 15,05 gramm das ist natürlich viel das war jetzt nochmal der vorletzte der 13,1 passt schon der allererste kann ich nochmal raus so alles gepasst hat das war nur hat er vorhin 13,99 gezeigt bei dem naja passt schon 13,98 also der eine ziemlich genau 14 dann der leichteste fast bei 13 13,08 und der schwerste aber satte 15,09 naja das ist schon fast ein bisschen viel vom leichtesten zum schwersten 2 gramm unterschied ausgehend von 13 gramm sind ja 15 prozent erhöhung also 15 prozent unterschied naja schauen wir mal ob die in das neue siemer magazin reinpassen jetzt sind 5er passen sie rein aber hier im siemer magazin sieht man die vanes schleifen an also das kenne ich sonst nur von den china bolzen dass die hier im magazin hängen bleiben wegen den vanes und das ist jetzt auch nicht so ganz optimal müssen wir mal messen mal so grob zumindest mal verglichen mit den original blauen bolzen sehen wir hier mit der da unten bei der null ziemlich genau anliegt 2,8 zentimeter und der neue steambo jagdpfeil naja fast drei zentimeter also fast ein millimeter auf jeder seite mehr nicht so ganz optimal dass mit den gewichten auch nicht so ganz naja schauen wir mal also bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal